Ja, und weil wir auch über Olympia gesprochen haben, und das ist auch schon das richtige Stichwort für unsere nächsten Studiogäste, Thomas Zajak und Tanja Frank haben Österreichs Ehre gerettet bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Es waren unvergessliche Momente, wie das österreichische Boot die Bronze-Medaille gewonnen hat. Hier sind sie nochmals, die schönsten und emotionalsten Bilder dieser Erfolgsgeschichte. Thomas Zajak und Tanja Frank, Dritte im Medal Race. Und das bedeutet auf jeden Fall mindestens Bronze. Das erste Edelmetall für Österreich bei diesen Spielen ist eingesegelt. Austria, Thomas Zajak, Tanja Frank! Heute sind wir alle Segel-Fans. Ich war fasziniert und es war derartig spannend. Es freut mich schon sehr, dass eine Bootsklasse, die bisher nicht dabei war und nur über das Rio-Projekt praktisch hineingekommen ist, dass die dann die Medaille machen. Das ist ein kompliziertes Revier und wie man sieht, das ist ausgezahlt, die ich vieler Zeit gebe. Unbegreiflich, unbegreiflich, also ich bin sehr großer Stolz. Ich traue meiner Tochter sehr viel zu. Ich habe nicht ganz damit gerechnet und dadurch macht es mich noch viel glücklicher. Ja, es ist unglaublich cool, die Medaille zu gewinnen. Es war einfach so ein Traum und dass der jetzt in Erfüllung gegangen ist, ist Wahnsinn. Wir kommen zum zweiten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020